so ich kann es doch ganz einfach machen slash kill at all und sterben alle halt einfach mal ja aber auch die ganzen tiere die wir gesammelt haben nein der kann nur player eingeben noch dahinter ich könnte jetzt auch einfach mal so viel frech sein und den befehl reinschreiben bringt doch nichts du hast keine op naja aber dann beiß den eik ich warte bis jetzt irgendwas passiert ich sage mir so ich habe noch nie so viele schießübungen machen können was soll das allein sobald ich hier bin halten die sind die beiden gehen sie wieder auseinander justin hör auf ich sag mir so du musst dein hau oder dein grundstück halt umzäunen sonst darf das machen aber doch nicht direkt von meiner haustür so lang es mir umzäunen das korrekt direkt von meiner haustür wo ich immer rein und raus gehen dann möchte ich dass du dein eingang da oben auch um 21 ich werde ja nicht bedroht von euch und selbst wenn das kann der einzige der sich das traut wäre ein bisschen sicher lassen sich mal treffen lassen sich mal treffen jetzt bist du sichtbar für alle ich habe glow feile glowing feile gefunden also welcher dings muss ich den power hat deiner bauer drei bloß eigentlich fährt gemobbt von allen guck mal bitte weiter wie wir beide gleichzeitig getroffen haben ne ich hab dich auch noch ich hab den sound gehabt mist so justin leuchtet auch aber eigentlich darf ich mal hauen warte da will ich erst meinen diahelm anziehen ich glaub wenn ich das bei co2 jetzt mache hast du hast du flame drauf ähm ja leider zwei ähm dann stelle ich in die nähe des wassers oder ins wasser ja ich muss grad hier meinen helm suchen das sind martin hör mal hast du was gegen den du eltern ja schade ich würde mich gerne mal ein duell machen na gut komm her nicht gegen also gegen dich ist und das hat ungefähr selbe equipment wie ich äh der hat nicht mal verzauberung ja dafür hab ich aber zum beispiel keine dings äh äh keine dings äh diashur darf ich? noch? war anderthalb herzen bloß ja gut und das leute der kerl darf überall räume hin platzen außer von meiner haustür ich musste grad einen gold apfel essen weil ich grad ein halbes herz noch hatte ich hatte mir echt überlegt ob ich zu haue ich wusste wieviel du noch hast ungefähr oh man ey hättest du es ja nicht machen können ich hätte dich auch mal ich hatte leider alles an protection und so weiter äh protection 3 projektil protection 2 blast protection 4 und blast protection 2 ich hasse auch fire protection ich mag es die andere die andere die ich hier oben ich mag überleuchten lassen was ist sie denn die andere die ich hier drinnen oben hat hat fire protection 4 protection 4 blast protection 4 ich würd dich gern mal schlagen projektil protection 4 ich mag es der macht nur zufällig der mockt mich nur achja co2 wow du hast meine schuhe kaputt gemacht sind denn schon wieder 10 sind schon wieder 10 tage rum ich will den nächsten trading villager hier haben gefühlt sind schon 100 tage rum endlich gesagt wow also du willst kein duell ich verliere doch eh nicht das kann ich hier nicht du hast an dich bei ich habe keine schuhe äh habe zwei habe meine rüstung zu enchanten und ich habe ein schlechteres schwert als du ja aber ich habe dafür nichts enchantet bist du auf den schwert mit rückstoß äh du hast trotzdem ein diashwert was enchanted ist was habe ich nicht ja aber trotzdem bin ich schlechter im pvp als alle anderen fragt darko ich bin nur sehr gut im bohren schießen eigentlich fragt darko ich bin fragt darko wie schlecht ich im pvp bin das denn ganz ehrlich du kriegst doch das zeug wieder und dich interessieren und euch beide interessieren die tote doch eh nicht also warum macht das nicht einfach nein ja dann solltest du aber noch kurz warten jetzt habe ich keine absorption mehr er hat doch eh schon wieder nein gesagt ich sag nur so ihr werdet euch doch ewig jetzt weiter schikanieren bis einer stirbt ne ich hab ne lustige idee darko willst du gleich gegen mich mal pvp machen unter fairen voraussetzungen klar ok ich bereite eben dafür alles vor dass wir auch wirklich faire voraussetzungen haben pack mal deine level weg zur sicherheit ich hab keine hier soll ich eine andere rüstung oder so anziehen oder warum ohne rüstung ok wir kriegen beide dieselbe anzahl am essen und dasselbe essen ich ahne schlimmes und holz und holzschwerter und was schwerte und was schwerte holzschwerter holz ja damit wir nicht direkt nach zwei schlägen tot sind weißt du wie ich meine ich mach die holzschwerter für euch ich hab schon holzschwerter gecraftet ähm schilder haben wir sicherlich nicht keine schilder ich ahne schlimmes was bekommt der gewinner und was bekommt der verlierer und tot ey das ist das wir können das auch so machen der verlierer bekommt zwei tode dafür auf dem score ne es muss schon was sein ich würde sagen wenn darko verliert muss darko co2 sein netherrage geben und verliert co2 muss er co2 darko ein fail geben pfff das wäre ja auch mach kurz wie viele emeralds ich habe auch oh ne ey da einig man muss kann uns noch wetteinsätze geben wer gewinnt nee ich guck mir das spektakle co2 wir können einfach mal ich guck mir halt das spektakle ab äh schwarzlöcke warum ist hier bei co2 ein loch bei co2 wir machen einfach ein stack emeralds das passt schon okay ist ja einfach zu farmen ist ja einfach zu farmen trotzdem was wert also ähm eyk nimmst du mal jetzt an von uns beiden ich habe gerade nicht den stack also den stack würde ich dann schnell fahren gleich ähm ja lass dann kämpfen erstmal wo kämpft ihr auf meinem haus auf dein haus was möchte ich mir anschauen was möchte ich mir anschauen was möchte ich mir anschauen warte jeder geht in eine und eyk zählt an damit äh wegen der scott verzögerungen gleichzeitig die verzögerung 3 2 1 los ja ja immer starrt ja alles so ich guck zu ich hab offener aber an das schmerzt ich mir mein essen wieder achso das ist das einzige was ich gern wieder hätte hier kannst du alles wieder haben danke wir deine dias äh daco äh äh emorates deine emorates ey Justin da fehlt nicht viel ey wie viel hattest du noch? ähm ich wollte doch auch mal ein bisschen irgendjemand töten ähm bei dir hatte ich noch also bei dir hatte ich vier Herzen verloren und Justin hat dann mit zwei Hits dann den Rest gegeben hey Justin High Five ich hab halt nicht dran gehabt mit Katzen zu arbeiten oh Justin ich auch nicht das war einfach nur Zufall das ich steh nur auf Frauen beim schlagen hab ich gemerkt genau mein ich hab erst nachdem ich drei oder so abbekommen hab ist mir jetzt wieder eingefallen dass es Kritzen in Minecraft gibt ja ja ganz ehrlich juckt halt nicht hat Fun gemacht und das war's hey kannst du zwei ob ob ich sie ja an locker ich hab mehr als zwei darf ich zwei musst du herkommen wo bist du? bei mir im Haus oben ich bin ganz oben ja hier und aus der Kiste für was ist eigentlich das Crying Obsidian gut? damit kannst du einen äh Anker machen einen Respawn Anker ähm Ike okay hast du zufällig ähm äh oh wie heißt das ähm ähm Kaktus äh ne wir haben noch gar keine Wüste gefunden Mann ich glaub das ist wo bist du eigentlich zu äh haben wir weiße Schafe ja wo bist du? Gibt's ja andere Möglichkeiten grünen Farbstoff zu kriegen was? ich war grad drüber ins Dorf äh äh gute Frage weil wenn nicht hab ich alle erstmal weil für die letzten beiden Farben brauche ich grün ne ich glaub du das kriegst du wirklich schnuttig kackt hin ja ne du hast Lime und was bekommen nein wisch ich nicht wie doch Seegurken hm ja dann find er erstmal Seegurken am Bund am Bund des Podens ich hab schon welche ja so schwer ist das nicht eine Seegurke eine Seegurke dran gibt dir äh ein Lime Die ja hm na das wusste ich gar nicht ja Lime äh er will aber grün haben ja 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 und Lime fehlt eh noch weil Lime ist äh green mit äh weißem Farbstoff warte äh äh Waterzeug wie viel hab ich denn ich hab 27 ich brenn mal 3e durch das ist ja bestimmt für die Schafe oder? Dago? weißt du die wo? ist das für die Schafe? ja genau also insgesamt brauche ich 4 grün irgendwas also ich hab jetzt Lime Die ach ne ja gut Lime Die brauche ich 2 das wäre schon mal die eine Farbe und dann brauche ich nur noch einen grün grün ja green so äh keine Ahnung wie du da rankommen könntest sonst warte ich erstmal aber ich wüsste wo eine Wüste ist ich habe doch so ein wunderschönes rotes Holz bekommen und dort sind immer Wüsten nebenan nein doch nicht immer doch danke wer schläft jetzt gut? weil ich im Dorf bin wenn ich im Dorf bin möchte ich gerne immer einen Tag haben weil ich nicht weiß ob wir gut genug ausgeleuchtet haben ähm da sind erstens 4 eisengondams zweitens haben wir dort gut genug ausgeleuchtet und drittens ich kann nicht schlafen ja gut bin gleich wieder da daco schnapp dir mal ein Boot ähm ich kann ähm muss das sein na du willst grüne Farbe haben kommst du gefälligst mit ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wann ich jemals in meinem Leben Dingsbums verwenden oder brauchen werde also grüne Wolle welcher Dulli schmeißt Seeds ins Wasser? die kann ich gewesen sein von das sind ja stackweise Seeds ne das war ich nicht die kann man doch wunderbar zu bone meal verarbeiten automatisch äh wenn ich irgendwie 2-3 stück hab werfe ich sie ins Wasser wo ist der daco ich bin beim Schaf achso ich stehe gerade bei den Feldern so komm rein wobei du brauchst gar kein Boot du kannst dich ja bei mir mit reinsetzen so ja ich komm gleich ich mach mir kurz was zu Ende nein 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 warte 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 bevor du hier irgendwas machst danke was machst du da jetzt? hast du gerade weiße Wolle eingesammelt? ja brauche ich meinen Elevator so mal ein gelbes Schaf kommt hier jetzt rein du machst das ganz schön kompliziert irgendwie mocken die auch gerade rum sonst konnte man die einfach normal ziehen ich werde mich äh ich bin wieder da wenn du alle Farben äh wenn hier alle Farben da sind sagst du mir bescheid da baue ich das nochmal ein kleines bisschen um CO2 wo bist du gerade? doch drüben hab ich doch gerade gesagt ja ich wusste jetzt nicht ob du wieder da bist oder nicht boah ich hasse das gerade hallo sind die bedämmert? vielleicht vor allem sie wollen dann nicht die letzten 50 cm da reingehen ähm hab ich ja scheiße das war rot fette ja auch noch eins äh ja rot kriegst du da ganz einfach ja ich weiß ich da können wir sogar unterwegs noch rote Blumen einsammeln bei mir ja voraus durchstehen paar rote Blumen ich hab mal den Cleric auch kurz gelevelt ich hab mal den Cleric auch kurz gelevelt wir können jetzt übrigens Glowstone äh für 4 Emirates kriegen wir 1 Glowstone also nicht den Dach sondern einen ganzen Glowstone kriegen wir jetzt dafür auch beim Cleric ach Darkolein du und deine Schafe was willst du eigentlich jetzt die ganze Zeit bei denen? dass du jetzt endlich mal aufhörst und mitkommst das Problem ist jetzt kann ich die wahrscheinlich nicht färben ne war klar das war ja klar weil Aiki geschworen hat ja und ich hab nicht ne das ist unabhängig ob du die geschworen hast oder nicht Aiki gibt's genug Leute die gerne erkunden wollen warum ist das eigentlich weil du grün willst nein ich will ja eben nicht grün du willst grün für die Allgemeinheit weil du alle Tiere haben willst ich bin übrigens fahr jetzt wieder zurück also besser nicht grad entgegenkommst dann bräuchte ich aber noch einen zweiten Darko einen weiblichen hab ich ja schon danke fürs anboosten wow ey so was schwing dich rein bin ich doch oh man ey ich hab schon mal 30 Emeralds für dich Darko die die Brausmen geben ok obwohl ganz ehrlich sind Ehrenschulden also ich nehm sie an später gibt's vielleicht doch noch irgendwas für die man detraden kann bei den Bücher bunte Wolle wir haben kein wir könnten über einen Shepard bunte Wolle bekommen ja aber können wir nicht über den auch Wolle verkaufen theoretisch das weiß ich grad nicht müsste eigentlich gehen ich weiß nicht ob der Wolle an oder verkauft bei was? bei wem? der Shepard bei dem die 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 Nostage is the dance floor, but it never stops